moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja heute die zweite folge ls allerbach aber die richtige folge mit dem roleplay und ich habe richtig gut geschlafen aber ich muss jetzt auch auch mal an der arbeit gehen ich hab glaube ich sehr viel verschlafen sind wir an der uhr 15 uhr 32 aber ich weiß nicht was ich machen soll weil ich habe ja nichts zu machen wo könnte ich theoretisch die ich ja wohl ich lasse das lieber so 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 Meine Frage ist, ich brauche erst mal. Ja, aber wo soll ich das hinstellen, deswegen kaufen wir das mal. Ja, ich brauche erst mal. Ja, dann fahren wir mal kurz dorthin, zum Hebel, weil ich will bald anfangen, Schweine zu halten. Und deswegen tue ich erst mal das Wasserfass. Und Wasser und Strohstreuer abholen. Und danach werde ich... Warte, jetzt habe ich komplett erfahren. Was ist da? Wasser brauche ich, Stroh brauche ich, ja. Stroh, da muss ich halt nur warten, bis die Wiese fertig ist. Und bei dem... Bei dem Fressen... Ja, da muss ich warten, bis das Feld fertig ist. Und dann ein bisschen Weizen rein schütten. Okay, jetzt geht's. Wasser, Stroh, ja Stroh. Ja, ähm... Egal, dann tue ich halt... Ich kann ja auch da ein Strohball kaufen. Ja, okay. So. So. So viel kostet der nicht. Und... Ja. Ja. Dann war's. Ja. 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 Es ist nichts, 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 nur weil ich mein Mikrofon richten will. Was für eine Eskarte dann schon der Händler. Wir sind mit unserer Pflegerbegreifung aber die braucht man halt bei einem Traktor zumindest Jetzt wird es ein bisschen kriege So jetzt müssen wir nur noch den Ballen hier an So Mann, wieso? Ja, ich hoffe, dass... Ja, ich hoffe, dass ich mich nicht verabschiede. Nee, Strohballen mache ich auf Stroh nicht. Egal. Ich hoffe, wir sind bald zur Morose, weil da, darüber da, ich bin heute gar nicht ausgeschlafen, ich bin um 4 Uhr schlafen, dann bin ich um 8 Uhr aufgestanden. Ganz so sorry. Jetzt kann ich direkt was nachgucken, 11 Minuten auf, aber schon, oh. Okay. 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 Wenn ich ein Hintergewicht habe, dann ist alles gut. Da, ich stehe mal. Da werde ich sicher mein Wasser nicht dran. Da werde ich das Wasser nicht dran. Da werde ich das Wasser nicht dran. Oh mein Gott. Was ist das? Jetzt ist das doch offen, also, nicht zuhassen, sonst muss ich es nur noch schauen, wo wird das was sein? Wahrscheinlich darf das halt irgendwo, wenn ich da einfach. Ja, wo soll ich das bitte hin? Ich kann es da nicht tun. 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 Ich kann es da nicht tun.